Finde ich krass, was der Versager hier behauptet Ganz apart ging er ins Leere, wenn du meinen Namen richtig aussprichst Er hit, fuck it, du tust peinlich delivern Ich hab Fehler in Zeilen und du hast Zeilen in Fillern Du sagst, wir sind keine Finalisten ohne Witz Das kommt gerade von dem, der schon im 16. geflogen ist Wir bringen keine Punches, das wär total Blamage Und der Punch ist es zu sagen, dass wir keine Punches haben Permanent die gleiche Scheiße Trap Mittel und Juice Wull Tap ist ja mehr oder weniger das Gleiche Trabelt die ganze Zeit das Gleiche, was er für peinliche Lights schnappt Der Sekt der, der seit dem 16. die gleiche Runde einreicht Ich bin überzeugt von dir, doch wirst gekickt gerade Bezeichnet dich als Blockbuster allerhöchstens Captain Marvel Kommst mit den Herzlosekeit im Ernst aus, bist du für ein Opfermann Der Großteil denn allein zu generisch, dass man sie nicht kontern kann Sag mir, was du da gerade wieder hast Verschreckt uns hinter einem Video, was labert dieser Spaß? Sagt er, der in der gleichen Runde ein Shortisten-Video hat Jeder deiner Punches ist gut aus Du fragst dich, warum Sinister noch da ist? Ich hab hier nicht gekickt, der Grund dafür ist nur, weil es noch nicht ernst geworden ist Deine Line gegen Sinn ist nicht richtig nah Denn die Runden sind gut und der Sinn ist wahr Der Text ist sich nicht, yeah, da kommen mir ja die Tränen Aber fühlst du dich getriggert, wenn ich's CRB erwähne? Du kommst nicht auf die Reihe und brichst es dann ab Doch im LBR und FPT machst du nicht schlapp Frage mich, warum du dann nicht Energie tankst Und halt willst du nur beweisen, dass du wirklich nichts kannst Du kannst uns nicht hindern, durch das Battle zu stepen Es ist wie beim Joker, der Clown tanzt auf den Treppen Wie kann man im Finale so hart langweilen? Nicht mal YouTube konnte deinen Scheiß verarbeiten Wir werden hier jetzt also easy zerfetzt Doch cooler, wenn du deinen Schwanz unter dem Mikroskop versteckst Mach dir keine Mühe, denn dein Weg wird hier enden Beim Schach können Springer leider auch kein König werden Sag mir, was du gar grad wieder hast Verstecken hinter einem Video, was labert dieser Spaß? Sagt er, der in der gleichen Runde ein Schottisten-Video hat Jeder teiner Punches ist gut aus Du fragst dich, warum Sinister noch da ist Ich hab ihn nicht gekickt, der Grund dafür ist Nur weil es auch nicht ernst geworden ist Dann Untertitelung des ZDF, 2020